Wie finde ich den richtigen Entbindungsort und welche Möglichkeiten gibt es? Gut, wir haben die Hausgeburt, wir haben die Geburt im Entbindungshaus, in den Geburtshäusern und wir haben die Geburt in den Kliniken, die ambulant und stationär verlaufen kann. Wo man die rausfindet, das ist heute relativ einfach im Internet, oder man fragt bei Freundinnen und Bekannten rum. Und man muss sich dann natürlich mit dem Arzt, der einen betreut, aber auch vielleicht mit einer Hebamme, die man hat, darüber unterhalten, welche Vor- und Nachteile gegeben sind. Und es ist ganz klar, und da braucht man nicht drum herumreden, dass die Sicherheit natürlich in einem Krankenhaus, was alle Möglichkeiten einfach bietet, höher ist, falls unvorhergesehen etwas passiert, als in den anderen Dingen.